die Euro leute das immer direkt wieder zu Kaiser Katanas und immer den special Spaß um in der Meinung hier muss doch irgendwo so was Muni-Technisch liegen oder ab wusstest doch wusstest doch alter la 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 ach, mehr nicht ok so, die geile Aktion wieder Lara, danke die Schlabbelklappel hab ich offen das heißt hier wieder hoch so irgendwie ruckelt alles etwas bei mir so ich spiele jetzt ein bisschen Schrotflinde ey, was bist du vielleicht ein bisschen übertrieben mit einer Schrotflinde eine kleine Spinne abzumurksen oh ja, die Kamera ist wieder bombisch ew was geht denn hier ach, du scheiße was macht's denn jetzt wieder ah, Gott da unten will ich hin da ist der Steindrache ich muss dazu sagen das wird jetzt ein heftiges Spiel für mich weil Temprixian ey the biggest level ever und ich hab aber null Ahnung mehr von dem Ding also wirklich null ich erinnere mich noch bildlich an die Sachen wenn ich es sehe, klar aber das war's dann auch wieder und es ist der größte Level im ganzen Tomb Raider Spiel oh, jetzt soll ich schlecht übertreiben oh mein Gott 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 scheiße keine Spinne keine aus Spinnen aus sehr gut aus ja okay also ich muss dazu sagen der Steindrache ist ja mal billig versteckt ja, hab ich schon Besseres gesehen hier Ja, drauf geschissen. Mal sehen, ob ich es schaffe, am Wochenende Toonbrader durchzuzocken. Bock hätte ich schon, aber Zeit nicht wirklich. Ich habe Mittwoch-Zwischenprüfung und da muss ich ein bisschen lernen. Kenntab stimmt. Von daher... Wow! Lara braucht bald neue Schuhe, wenn es so weitergeht. Ja, Lara war schon geil. Grafisch animiert hier. Aber egal. Ja. Irgendwie kann man in dem Level nicht wirklich viel erzählen, weil es eigentlich nur dumme Rumkletterei ist. Da mache ich euch nochmal drauf aufmerksam, dass mir nicht mehr viele Abbaus fehlen. Bis ich 100 habe. Ich hoffe... Oh, weiß was, spinne. Fick dich. So nöt. So. Wenn es hier eine kommt. Äh... 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 Ist es? Ah ne, okay, umsonst gespeichert. Ich dachte, es wäre eine andere Stelle. Ich habe mich hier einmal, deshalb habe ich diesen Tempel gehasst, wie die Pest einmal so derb verquicksaved. Dass ich keinen Bock mehr hatte. Okay. Jetzt machen wir mal anders. Jut. Hä? Oder was für einer muss stehen bleiben? Die letzte. Oh. Ach ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt eine Rolle machen, wenn man auf brechenden Brettern ist. Merkt euch das für die Zukunft lieber mal? Auf, gib Gas, CD. Aber dann habe ich doch recht gehabt, hier mal zu safen. Geht doch schon ein Tück schneller. So. Geht doch schon ein Tück schneller. Oh, was? Oh, was geht denn hier? Wow! Alter Falter! Krasse Scheiße! Ja, der Kaiser halt wieder, ne? Er kommt nur in so Gefahrensituationen. Aber da zeigt sich wieder das jahrelange Training in Reaktion und sonstigen anderen Videospielen, wo ich zu sagen gelernt habe, hier getootet. Naja, hat ausgezahlt gemacht. Uuuuuh, du geh die... du geh die Door open! Omdole Omdole! Kaiser Katana! Wow, fünf Meter weiter und die wäre tot. Äh... Ne, da war's. Dann soll da hochschwimmen. Oh, komm schon, gib Gas! Was haben wir jetzt? Schrottmoney! 45 Schuss noch! Sollte für den nächsten 200 Gegner reichen. Nichts oder rechts? Ah, sieht so aus, als wäre das scheißegal. Ist es auch? Oh, nein! Ah! Entschuldigung! Ich musste leicht niesen. Oh! Oh, scheiße! Mein Auge juckt! Oh, Moment! Na! Was war jetzt? Ja! Oh, einer auf Hampelmann, du Spaß! Aktivieren wir die einfach mal alle! Ist vielleicht viel lustig später! Ja! Ja, die Klonkriegerarmee von Xian! Xish! Oh ja, die sind super im Takt! Die haben's drauf! Du hast das Gefühl, dass mir das hier nicht gefallen sollte! Ich bin hier im Tempel sehr, sehr vorsichtig geworden! Oh! Okay! Das ist wieder so ein typischer Fall für Kaisers Speicherstunde! Oh, das war jetzt doof! Das wollte ich eigentlich nicht! Obwohl da wahrscheinlich ein Standsprung gereicht hätte! Oh oh! Ich hab das Gefühl, dass das... Lustig! Haha! Haha! Hahaha! Lara! Du bist doch toll! Ich mach hier einen schnett Kaisers Out!